Die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA unterstützen die normale Herzfunktion. Es handelt sich um essentielle Nährstoffe, das heißt, unser Körper kann sie nicht selber herstellen. Wir müssen sie mit der Nahrung aufnehmen. Die American Heart Association empfiehlt mindestens zwei Portionen fetten Fisch pro Woche, wie zum Beispiel Lachs, Sardellen, Makrele oder Sardinen. Wir benötigen ausreichend Fettsäuren in unserer Nahrung. Nahrungsergänzungsmittel stellen eine Möglichkeit dar, dies zu gewährleisten. Das Produkt enthält eine wirksame Mischung aus Omega-3-Ölen aus drei hervorragenden Fischsorten. Nutrilite verfolgt einen meeres-schonenden Ansatz und gewährleistet so eine langfristige sowie nachhaltige Versorgung. Unser zuverlässiger Zulieferer aus Norwegen nutzt zudem ein hochmodernes Herstellungsverfahren. Jede Charge Fischöl wird von einem externen Labor getestet, um die Qualität und Reinheit des Gels zu gewährleisten. Wir richten unser Augenmerk immer zuerst auf die Natur, da sie die besten Nährstoffe bietet.